Man nannte ihn Ivan Piotr Sadam, sein Blick war so traurig und wein. Und er mit seinem strubigen Bartal schien so alt wie das russische Reich. Ich spendierte den Mann einen Wodka, da begannen zwei Augen zu glühen. Und er erzählte mir aus seinem Leben, es war hart, aber glücklich für ihn. Ja, 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 das ist die russische Seele mit Wodka und bernreicher Klamm. Und die tausend Lieder der Kusaken ziehen traurig die Wodka entlang. Der alte Mond wird sein Gold auf die Taiga, wenn das Lagerfeuer glüht. Ja, 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 das ist die russische Seele, das ist russisches Gemüt. Und sie sangen die Lieder der Jugend, so als drehte die Zeit sich zurück. Und die Tränen in ihren Augen waren Tränen voll Sehnsucht und Glück. Ja, 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 das ist die russische Seele mit Wodka und Börnerlein verklamm. Und die tausend Lieder der Kusaken ziehen traurig die Wodka entlang. Der alte Mond wirft sein Gold auf die Taiga, wenn das Lagerfeuer glüht. Ja, 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 das ist die russische Seele, das ist russisches Gemüt. Ja, das ist die russische Szene, das ist russisches Vergnügen.